Ah, ne, ich will's gar nicht ausprobieren. Ist die Tatsache mit dem, äh, scheiß Drachen. Dass der Drachen dazwischen ist. Okay, okay, okay. Also, das finde ich... Oh nein, einen versetzt. Aber das, dass ein Fuchs solche Geräusche macht, halte ich ja wohl auch mal, äh, für Autopie. Oder Otto, auch Autopie. Gott, das ist so machbar. Mann, und dann... Das ist sogar... Ich würde mal behaupten, mit, mit Pizza oder sowas hast du hier so einfach eigentlich. Und dann halt noch am liebsten viel Geld, also... Nein, auch die dämlichen Pfeile fliegen, so komisch. Ich töte einen Fuchs. Was für eine Genugtuung. Scheiß Tierschutz. Oh nein. Äh... Gott, ich will das nicht nochmal machen, aber ich glaube, darauf wird's hinauslaufen. Weil so bekomme ich das ja niemals im Leben hin. Oder ich werde jetzt ganz penibel mit den Safestates, aber das will ich eigentlich nicht. Wirklich. Dass ich so jetzt mache, wenn ich den Fuchs... Oder... Wenn ich den Fuchs... Wenn ich den Fuchs tot habe, dass ich dann nochmal selbe... Das wird dann... Das wird mir dann ein bisschen zu... Ja. Ja, natürlich. Okay. Da sind wir schon am winken. Der... Der Fuchs. Immer schön. Brav. Ach ja, schön. Es geht. Okay, jetzt wird das wieder spannend, ob das... Oh nein, ich spring rein. Ach ja. Oh, ich probiere das jetzt immer von Elefant 2. Ansonsten, ich habe mir das auch, glaube ich, in so einem Travel-Teil abgespeichert. Also... Das heißt, äh... Dass ich schon da dann nochmal starten könnte. Das wäre ja eventuell auch noch eine Variante. Okay, lol. Einer... Ein einziger schießt nur. Okay, so. Eine Seite hätten wir. Okay. So, jump. So, da geht's. Das noch. Äh, ja. Okay. Ähm... Okay, 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 okay. So, so, so. Und... Jetzt kommt diese... Diese roten Teile noch. Oh Gott, alles mit dem kleinen Stöckchen hier, lol. Nein. Oh nein, da hätte ich noch... Da muss man sich dann ducken. Und warum kommt der mir auf einmal so extrem schnell entgegen? Also... Und jetzt? Ich bleib da wieder für Ewigkeiten stehen. Diese Flamme wird so unnormal schnell, wenn der am Sprengen ist. Das ist echt nicht mehr wahr. Springt der jetzt drüber wieder, oder? Ne, jetzt geht der ja. Du nicht auch. Das Teil feuert einmal in die vollkommen falsche Richtung. Aber... Warum auch nicht? Nein. Oh Gott. Jetzt von der einen Flamme da pawnen zu lassen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu billig gewesen. Man kriegt nirgendwo Geld. Das ist doch... Also ich lache jetzt, wenn ich das mit einem kleinen Stöckchen hier schaffe. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Mal abgesehen davon, habe ich auch schon wieder ein paar Treffer einstecken müssen. Und von daher... Lol. Okay. Ha. Mit einem kleinen Stöckchen geschafft. Kleines Stöckchen only. Ja, okay. Ich guck mal, wie weit ich noch komme. Aha. Gott, aber das wird doch unmachbar eigentlich mit... Kleinen... Naja, okay. Es geht. Bums, bums, bums. Ähm. Ja. Nein. Okay. Das wäre auch zu viel das Guten gewesen. So, jetzt will ich aber... Continue Logbuch. Ich glaube, ich habe das abgespeichert, wenn ich mich recht entsinne. Ja, habe ich. Ähm. Ja, was könnte ich machen? Ich könnte mir... Wenn ich so den Drachen eben gesehen hatte. Ich könnte mir zum Beispiel irgendwie Pizza oder sowas kaufen. Auf das es was bringt. Äh. Pizza. Falscher Laden. Ich glaube, das war ganz hinten durch, ne? Und wenn es ganz gut läuft, sogar noch eine Rüstung. Aber ich glaube, die Rüstung ist ziemlich unsinnig, weil... Ich... Ja, sowieso öfters getroffen werde, aber halt so viele goldene Katzen im Weg sind dabei. Und ich kann sie mir gar nicht leisten. Oh nein. Dann habe ich hier so wenig Geld. Egal. Ich probiere es einfach mal aus. Schlimmer als schlimm kann es sowieso nicht mehr werden. Vielleicht kriege ich jetzt... Oh. Und noch ein bisschen Geld. Muss jetzt nur gucken, dass ich die Pizza nicht schon hier verschwende irgendwie. Das käme nicht so cool, glaube ich. So. Ähm. So, wieder 10 Teile gesammelt. Äh, ja. Jetzt speichere ich auch nochmal ab. Ich hoffe, dass es so gut ist. Äh. Yes, please. Oh Gott. Äh. Ja. Nein. Nimm, gib mir das Geld. Ich werde es brauchen. Weil ich glaube, spätestens für diesen Greifen-Boss, da will ich mir dann doch schon... Und bei dem anderen... Bei dem Gesicht, da geht eigentlich die erste Form auch noch mit dem... Mit dem kleinen Stab. Beziehungsweise... Vielleicht habe ich ja dann auch mal mehr als einen kleinen Stab. Ich meine... Ich könnte ja mal gut hoffen... Oh, falsche Richtung. Was mache ich? Ich baue Scheiße. Aber noch bin ich relativ ruhig. Also... Äh. Ich fand Level 8 doch deutlich und sehr viel schlimmer. So nach dem... Zichsten Mal. Und ja. Okay. So, jetzt. Ich glaube mit dem... Ja, okay. Dem alten Typen hatte ich auch schon gelabert. Da, da, da. Oh, die Musik ist einfach nur edel. Ja, 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 so, das, 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 das werden wahrscheinlich auch mehr als 30 Videos, sehe ich jetzt schon, kommen. Ah, nein, böser. Äh. Beste Methode gegen die Typen ist sowieso offscreen. So. Habe ich schon mal wieder volles Geld. Sehr schön. Gott, ja. Ich kann doch nicht von allen Seiten und gleichzeitig am liebsten noch. Oh Gott. Die bewegen sich so derbst schnell. Das ist so abnormal. Ja, komm. Oh, Katze. Wie Katze will ich. Und jetzt lasst mich doch alle, einfach, einfach, alle mal in... Oh Gott. In Frieden, Mensch. Komischer Typ, ey. Oh, Jojo. Ich hätte mal ein Jojo. Mal gucken, wie lang noch. Ja, ich sag halt, ja. Aber... Oh, ich krieg sofort wieder eine Katze. Ist das nice? Oder was ist das? So. Bleib mir noch einmal vom Leib. So, Tera-Baba-Baba. Äh, kann der mich jetzt hinter... Ja, der Typ noch kicken, irgendwie? Ja, er kann, wenn er lustig wäre. So, zack. Oh, das Lied ist so geil. Einfach nur. doch hier hoch und hier gibt es dann auch schon die nächste goldene katze ich bin abgeneigt bin absolut und vollkommen nicht das worten hüpfen ist auch schon besser geworden na komm meine freunde schiebt eure waffe haupt vor dem boss fight und ich werde auch ganz richtig machen ja auf jeden fall sogar ja doch so jetzt ich hätte schon fast das ding ins laden gemacht so mit dem mit dem aus dem video sollte das eigentlich sogar recht gut gehen hat es ist nur nicht so hochfrequent wie na komm wie die komische wie der komische stock halt der kleinere so also das geht meine güte hopp sassa noch rechtzeitig gekickt bekommen ich dachte schon mal ja jetzt fährst du noch mal einen millimeter ran was mich schon oft getroffen hat und zwei treffer und jetzt kann ich den glaube ich so kicken ich bin dann nämlich noch mal her und zwei treffer was denn der oben eins das fieses eigentlich ist wenn die feuerflammen geschossen werden während da ist das ja während er am springen ist ja was denn jetzt aber ja komm es ist es ist okay ja also dass der letzte parte habe ich jetzt verkackt zwar ordentlich das ganze ziemlich verfolgen komischen flammen ja also noch hätte ich noch die schütze ich werde auch erst mal gucken wie das hier weitergeht weil ja es ist pizza time es ist pizza time oh nein äh der feuer hat erstmal wieder in die falsche richtung und hier werde ich jetzt glaube ich schon mal geld nehmen hopp hopp ok spring ruhig das hilft ja sowieso nichts zuh Bis zum nächsten Mal.